Ihr müsst wissen, wir machen immer Stimmbandübungen. Das ist total schlecht. Man soll, wenn man etwa einen Frosch im Hals hat oder eine belegte Stimme hat, soll man husten und nicht äh, äh, äh. Weil das äh, äh, äh ist total anstrengend für die Stimmbände. Ein äh ist nicht so anstrengend. Nicht Reustband, Kinder. Husten. Hallo und herzlich willkommen zu Neu im Schuhkarton. Es ist wieder Freitag und Team Spargel und Team Suchuk sind wieder für euch in der Foundry in Berlin am Start, um euch die neuen Schuhe zu präsentieren, die dieses Wochenende in den Laden kommen. Wow, was für ein langer Satz. Ich muss einfach mal, wo du Sujuk sagst, ihr müsst euch dieses Video angucken. Zurück in die Sujuk. Ja, es ist das Beste. Ach, ich, drei. Fatih McFly. Fatih McFly. Und Jukia anstatt Nokia. Echt gut. Yusuf, just call me on the cell phone. Oh, ich wollte ja nur hallo weh. Sehr gut. Bevor wir jetzt gänzlich abdriften, kommen wir nochmal zur letzten Sendung. Da haben wir euch gefragt, in Ermangelung an Kenntnis, was Frauenschuhe betrifft, wie denn dieser neue Fenty Trainer bei euch, vor allem bei den Mädels, ankommt. Und da kam einiges rein zum Fenty. Und da kam dann aber viel Kritischeres. Also ich hatte das Gefühl, der wird nicht ganz so gut angenommen wie der Creeper, wie der erste Drop von Rihanna. Vielen war die Zunge etwas zu lang, vielen war er zu futuristisch, vielen war er zu tonal. Das heißt, er ist ja auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, was anderes. Also ich meine, der Fenty war ja ziemlich einfach, also der Creeper, sorry, der war ja ziemlich einfach gewesen oder basiert ja auf einem klassischen Schuh. Und jetzt der Fenty ist natürlich schon ein bisschen futuristischer und bewöhnungsbedürftig. Da war mein Lieblingskommentar dazu, es hat halt nicht jeder den Körper von Rihanna, kann tragen, was er will und sieht trotzdem geil aus. So wie du. Fand ich, also ähnlich. Fand ich sehr schön. Mein Lieblingskommentar der Woche war, Simon, fixier endlich mal deine Zunge mit den Laces, wenn die sich so verdreht, also die Zunge von den Schuhen aus. Von den Schuhen. Und deshalb haben wir das heute anders gemacht. Wir tragen einfach, also ich zumindest, G-Line 3 von Raining Champ. Da brauche ich nichts zu befestigen. Da ist die Zunge gespalten und alles ist super. Ein fantastischer Schuh. Ich habe es vor zwei Worten schon gesagt, als würde man seinen Lieblingspulli anziehen. Richtig, richtig gutes Ding. Apropos Lieblingspulli. Den richtigen Lieblingspulli hat er auch noch dazu an. Den Lieblingspulli dazu habe ich natürlich auch noch an. So läuft es bei Ihnen. Name in Canada, Dicke. Und du auch. Ich habe die von Mita, die Air Force Ones. Sehr, sehr geil. Schon ein bisschen älter, wie man sieht. Und auch recht knapp im Fußmaß. Damals war ich noch ein bisschen schlanker. Jetzt muss ich meine Schnürsenke ein bisschen weitertragen. Aber meine Zunge ist auch so ein bisschen kranker. Guck jetzt. Ja, aber so gehört. Ich finde, das sieht nicht schön aus, wenn dieses Fixierriemchen da mit eingelast wird. Das ist so wie Unterhosenbügeln. Oder Sockenbügeln. Das ist ein ziemlich guter Vergleich. Das gefällt mir. Ja, bin ich voll bei dir. Finde ich übrigens sehr cool, weil dieses Wochenende kommen ja auch unfassbar viele Air Force-Modelle raus. Also kommt der Flyknit Air Force One Low raus als ein Beispiel. Kommen noch ein paar Classic-Retros raus. Würden wir euch gerne zeigen. Genauso wie den Big Window. So, Air Max 1, der diese Woche auch zurückgekommen ist. Machen wir aber nicht. Wir zeigen euch erst mal was ganz anderes. Hegner. Also den Air Max BW, meint er. Was hat er nicht gesagt? Big Window. Ne, ist ja richtig. Aber viele kennen den halt gar nicht. Die wissen gar nicht, dass BW wahrscheinlich Big Window heißt. Ohne jetzt... Black White. Den finde ich übrigens geil, den BW. Bisschen prollig, aber geil. Ja, aber das Schwierige ist da für mich, um jetzt einfach nochmal wirklich auch an der Stelle noch abzudriften. Ich finde den BW extrem prollig, finde aber den silbernen Air Max 97 geil. Das ist sowas, so eine Schwierigkeit, wo ich mir sage, wo ziehe ich da eine Grenze, ich kann sie selber nicht erkennen. Der BW ist so typisch Frankreich, also es wäre so Suburbs of Paris und der 97er ist so typisch Italien. Das ist so, wenn man so stereotypische Schuhe finden könnte, dann sind das die. Genau, und beide extrem prollig, aber den einen mag ich mehr, den anderen ein bisschen weniger, ja. Okay, ja, sorry fürs Abdriften und was meintest du jetzt gerade? Schuhe holen. Schuhe holen, Schuhe holen. Oh Mann, der beste Schuhholer. Ja, läuft bei dir. Da haben wir was. Einen Nike Air Presto Safari, basierend auf dem Air Safari. Ich glaube, einige Leute, die ein bisschen älter sind, kennen vielleicht noch Bismarck Key, wie er die Dinge an den Füßen hat. 87 ist der originale Safari rausgekommen. Es gab ein paar Retros dazu. Einige Leute finden es geil, einige nicht so, aber es ist so wieder ein typisches Tinker Hatfield-Ding gewesen. Dieses Elephant oder wie auch immer man das, das Safari-Print. Elephant ist es ja nicht. Und ja, in Anlehnung daran gibt es einen Presto. Kommen zwei dieses Wochenende raus. Zwei Prestos, unter anderem der Safari. Ich finde den Presto, also das ist ein absoluter Sommerschnitt, ein richtig starker Schuh. Ich fand immer so diese großen Prinz, wie auch dieses Thunder-Ding, was da ganz am Anfang kam, als er gerettet wurde, ein bisschen schwierig. Je länger es die bunteren Varianten gibt, desto stärker finde ich sie eigentlich im Vergleich zu den eher einfacheren, wie den Anholy Cumulus zum Beispiel. Ne, wahnsinnig schönes Ding und der sieht am Fuß so richtig zauberhaft erst aus. Total. Gelungen auf jeden Fall, Presto. Ich glaube, entweder liebt man den oder liebt den nicht. Viele lieben ihn, also wir lieben ihn. Ich finde, bei dem Presto ist das Einzige, hier hinten das Lining, das Innere, das ist so, der Stockliner, ist so ein bisschen schubberig. Echt? Wenn man da etwas empfindlichere Fersen hat, dann schubbert man da schnell etwas auf. Ich trage Socken. Ja, ist nicht so meins. Das ist, glaube ich, so Trend. Ich meine, ob Winter, Sommer, man trägt scheinbar irgendwie immer diese, wie nennt man die Dinger? Sportsocken? Füßlinge. Füßlinge. Diese Füßlinge. Stocklings. Naja, ich finde es okay. Aber ist es nicht kalt im Winter? Ja, bis 5 Grad ist okay, unter 5 Grad wird es schwierig. Okay. Abschließend zum Presto. Ich finde das Ding wahnsinnig gut. Kommt dieses Wochenende, gibt noch einen zweiten, den wir euch jetzt nicht vorstellen, aber es sind auf jeden Fall ein Pack von Prestos dieses Wochenende. Bewertungen habt ihr gesehen und dann zeigen wir euch jetzt, wie das Ding wirklich am Fuß aussieht. Das ist echt was Gutes hier. Finde ich gut. Ja, das ist der Kangaroo Dynacoil Gamma Plus. Six Stores. Six Stores heißt, es haben sechs Sneaker Stores aus Deutschland an diesem Schuh gemeinsam gearbeitet. Steht auf der zusätzlichen, wie heißt das nochmal, Memory Foam Innensohle, die man noch dazu bekommt, auch drin, welche das sind. Das sind Overkill, Asphalt Gold, A Few, 43,5, The Goodwill Out und Super aus Stuttgart. Wer sich fragt, in welcher Reihenfolge die jetzt gegliedert sind, guckt sich die zweite Sohle an. Da geht es nämlich alphabetisch nach den Städten. Sehr gut. Also, ja, kriegt da ja selbst den Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Fulda, Köln, Stuttgart. Und wenn ihr in den Schuh reinschlüpft, seht ihr theoretisch dann immer nur Super. Genau, das ist halt dann der Segen des Ortsnamen, der mit S beginnt. Na ja, in Stuttgart. Kommen wir zum Schuh. Sechs Stores, die, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, haben also auf diesem Schuh kollaboriert und den Schuh hergestellt. Jetzt mal einfach eine Frage an dich, Hikmet. Ja. Wie schwer muss das wohl gewesen sein, als jemand, der weiß, wie man einen Schuh erstellt? Also, alleine den Schuh herstellen oder zumindest mit einer Firma zusammenzuarbeiten, kann schon echt schwierig sein. Jetzt aber noch sechs Stores und dann einen Hut zu bekommen und dann so ein gutes Produkt rauszubekommen, das ist echt unheimlich schwer. Ja, also Props an Kangaroos, Props an die Stores, scheinbar kommunizieren die Stores noch miteinander, also es ist alles gut gegangen. Das Produkt sieht super aus, echt gute Arbeit, Jungs. Gefällt mir auch, sehr, sehr gut. Also zum Schuh kommt nicht nur diese Memory-Foam-Insole, sondern es kommen auch noch zwei, drei Paar Additional Laces. Ich finde einfach, also diese Robe Laces habe ich jetzt gerade einfach mal eingeschnitten, mir gefallen auch die Fert Laces sehr gut. Mir gefällt aber dieses Grün, dieser Grünton ist wirklich perfekt, dazu halt ein Grau, ein weißes Mesh und ich glaube zwei, drei schwarze Akzente noch drauf, richtig zurückgenommen und ich denke, okay, hätte auch komplett überfrachtet werden können. Ja, man hätte zum Beispiel den Schuh in sechs Teile und einer sagt noch so, ich möchte das und auf einmal kommt noch einer mit Polkadots um die Ecke und dann hast du den Salat. Nee, finde ich richtig gut, auf was man sich da geeinigt hat und das Ding sieht granatenstark am Fuß auch aus. Es ist halt ein Leichtgewicht, muss man sagen, der Schuh ist extrem leicht, er ist dezent, er hat einen schönen grünen Farbstich, richtig gute Collab und wie du sagst eben, dass man mit sechs Stores kollaboriert und sowas Gutes dabei rauskommt, ist nicht unbedingt das, was man erwartet. Nein. Der Schuh wurde letztes Wochenende schon mal auf der Collection vorgestellt, kommt jetzt dieses Wochenende in den Handel und wie gesagt, zauberhafter Schuhbewertung seht ihr hier und den Preis blenden wir euch natürlich auch ein und dann gibt es On-Feed-Bilder mit dem Kangaroo's Dynacoil Gamma Plus Six Stores. Hallo. Scheint ein produktstarkes Wochenende zu sein. Oh ja. Der hier kam recht spontan scheinbar, oder? Also keiner hatte das so richtig auf dem Radar, ob er nach Deutschland kommt oder nicht. Klott, Grüße an Kevin, hat zwei Colorways gemacht. Wir haben jetzt leider nur den einen in der Hand, einmal den sandfarbenen und dann gibt es noch einen fliederfarbenen. Sand & Lavender heißt das Pack, einmal Lavendel- oder Fliederfarben und einmal eben Sandfarben. War letztes Jahr im November, Dezember angekündigt, im Januar dann glaube ich auch bei Klott verkauft international und wie du sagtest, relativ spontan jetzt reinkommt, vor ein paar Tagen angekündigt und wieder von Essex zusammen mit Klott eine zauberhafte Schuhe, zauberhafte Collabo. Wunderschön. Das Wildleder hier oben drauf, fühlt sich richtig gut an. Wildleder, innen drin dann auch noch mit Leder-Lining, selbst die Innensohle ist Leder. Das Gute ist, dass es halt so die Farben so cross, wie sagt man, also überkreuzt, Lavender-Innensohle wahrscheinlich dann bei dem, da wir den anderen nicht haben, dann der Sand-Innensohle bei dem anderen. Echt wunderschöner Schuh. Ich glaube, das ist auch so ein Konzept, wo du theoretisch auf der einen Seite die eine Farbe tragen könntest, also auch wenn ich das sonst schrecklich finde, aber ich glaube, das kommt bei denen ganz cool, weil sie halt so sozusagen die Themen sich überschmecken. Also das würde echt bei denen ganz gut passen, wenn auf der einen Seite den Lavender trägst, auf den anderen den Sand. Von den Materialien, ich dachte erst mal, als ich das gesehen habe, so, warte mal, sowas habe ich doch auch. Aber das ist halt einfach stark, das ist gut gemacht, gute Collabs, schön, dass er dann tatsächlich noch gekommen ist. Und so simpel, ne? Also ich meine, das ist so ähnlich wie jetzt bei Reining Champ, man muss nicht immer irgendwie übertreiben so mit Colorways, es reicht auch was Tonales, was echt wirken kann, wo du nur durch die Sohle im Prinzip ein bisschen Farbe reinbringst und Premium-Materialien und das Ding ist geritzt. Sehe ich ganz genauso wie du, Bewertungen blenden wir euch ein, ein richtig zauberhaftes Pack, das Sand & Lavender Pack von CLOCK zusammen mit Essex, kommt dieses Wochenende in den Handel und das sind die und die Bilder dazu. So, zwei haben wir noch zum Schluss, haben wir eigentlich gesagt, in was für einer wunderschönen Location wir sind, weil wir werden ja oft gefragt. Haben wir schon, ja? Okay. Aber falls es jemanden irgendwie am Anfang verpasst hat, weil auch das ist ja Generation YouTube, man überhört gerne mal das eine oder andere. Wir sind in der Foundry in Berlin tatsächlich, verrückt, oder? Da sind wir und es ist so ein Wochenende, oftmals werden wir, naja nicht kritisiert, aber einfach darauf angesprochen. Sind denn wirklich alle Schuhe immer toll? Wir sagen immer toll, toll, toll. Ich fand den Presto toll, ich fand Essex toll, ich fand Kangaroos toll und auch den finde ich toll. Und es tut uns einfach leid, wir picken uns dann aber auch immer so ein bisschen die Rosinen aus dem Kuchen raus. Deshalb ist es bei uns oft so, dass wir… Ja, wir könnten natürlich jetzt auch gerade die Dinger nehmen, die wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht gehen, aber sowas gibt es ja zum Glück auch selten. Ja. Und man kann natürlich auch irgendwo rumstochern und immer was Negatives finden. Genau. Wenn wir Jordans wieder reinholen, dann können wir… Nein. Das war so ein Böse, ich finde Jordans cool. Es kommt am heutigen Freitag nicht nur ein Airmog-Tag-Fleece, sondern eben auch diese beiden Nike-Stock-Darts auch mit einem Tag-Fleece-Upper. Tja, wie gesagt, die finden wir auch leider richtig gut. Der ist stark, der ist eine Granate, oder? Der ist dezent und der ist wirklich eine Granate. Ja, ja. Ich finde, ich hätte ja auch gerne den Airmog irgendwie, also das ist ein Brett, versteht wahrscheinlich kaum jemand so ein Schuh. Deshalb haben wir ihn halt nicht vorgestellt, sondern halt die jetzt vorgestellt, weil die kennen ja schon so einige. Das Ding ist wirklich wunderschön. Größe 9 übrigens, Größe 10, Nike, falls ihr doch zuschauen solltet, ihr wisst wohin damit. Das Ding ist echt ein Brett, wunderschön. Ich finde eben auch, also diese Tag-Fleece-Geschichte nicht nur in den Bekleidungssegment zu bringen und da eben auch wirklich gute Pullis, Jogginghosen und was auch immer zu machen, sondern das eben auch dann auf die Schuhe zu transportieren. Gerade bei dem Sockdart richtig gut gemacht. Die Kombination von dem melierten Grau in das Lila hinten, oder es ist wahrscheinlich kein Lila, sondern dieses Mulberry müsste es sein oder so was. Also ein Lila-Farbton oder ein Rotton. Richtig, richtig schön, richtig stark. Mega bequeme Schuhe. Und wenn wir schon dabei sind, also US 9, US 10, ich wiederhole nochmal. Vielleicht kann uns einer eine Antwort geben. Ist das das M von Mark Parker? Hat Mark Parker den Sockdart gemacht? Da haben wir unsere Interaktion für diese Woche. Ja, sag was. Ihr lieben kleinen Illuminaten-Freunde. Was ist das hier unten? Ist das das M von Mark Parker oder nicht? Oder es ist ein Pre-HDM-Logo gewesen. Oder was passiert eigentlich, wenn man es umdreht? Ist es dann ein W? Die Bewertung blenden wir euch ein. Das ist die Review zum Nike Air Sockdart. Und ich stelle mich schon vor. Ich glaube vielleicht sogar, dass der schwarze noch besser aussieht bei dir am Fuß. Schwarze können... Ja, wir sollten den zeigen, ne? Auf jeden Fall. Dann los jetzt. Freunde, wir bedanken uns erstmal bei der Soulbox, dass sie uns die Schuhe diese Woche zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür. Und hoffen jetzt, dass ihr fleißig kommentiert. Vor allem uns eben vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge helft. Was ist das M unter dem Sockdart? Ist es das M für Mark Parker oder irgendwas ganz anderes? Ansonsten lasst eh einen Kommentar da, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, auch das gerne unten in den Kommentaren. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ganz wichtig, abonnieren, weitersagen, teilen, sharen, Facebooken, Instagramen. Wir sind überall. Erzählt allen davon. Macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Turnschuh TV. Ja, würde ich sagen. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss. 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 Doo-